Oder ist es dir sch... Zumindest ist es dir aufgefallen. Ja... Naja. Wie rassistisch wir sind. Wir haben Weiße und Schwarze getrennt. Hahaha. Scheiße. Ich dachte das geht ja... Kuh und... Was? Hühnerfarm. Wir haben eine Hühnerfarm? Ach ja! Das stimmt. Das haben wir doch in den letzten Parts gemacht. Ach ja. Wir haben noch die Farm, das Lagerhaus und alles gemacht. Schon möglich. Aber von einer Hühnfarm kann man nicht so überhause sprechen. Wir haben eine Hühne... ...und vier Kühe. Ich bin mir am überlegen, hier werden wir wahrscheinlich nie einen Verzauberungstisch benötigen. Ist nicht, ne. Man sieht genau da, wo du die Lagerhaus genommen hast. Ja, ich weiß. Ist ja auch nicht schlapp. Schöne Insel hier. Ich frage mich, auf welcher ich einziehen werde. Also... Hatte ich meine Insel nicht schon? Nee. Okay. Ach... Bullshit. Das ist doch viel zu klein hier. Ich muss doch eingerissen werden hier. Was eingerissen werden. Ja, hier. Das Portal. Beim Portal. Warum das denn? Das ist genau richtig... Wenn es hier zu klein ist. Es ist hier zu klein. Ist es fertig? Nein! Ich komm jetzt. Ja. Und es ist hier echt schon zu klein. Ich bastel ja gerade schon daran. Ich komm jetzt, Digga. Mach das. Ich bin... Eingeschärft. Nicht beim Gehen. Ich hoffe, ich bin nicht über die Getreidefarm. Ich hab irgendwie Angst, das jetzt wegzumachen. Getreidefarm ist, ähm, überm Pool. Ach, doch nicht. Doch nicht. Schon gut. Was hat der Junge hier für Probleme? Ich hab doch keine Probleme. Ich hab doch keine Probleme. Ich hab nur... Anweisungen. Guck, das ist super. Eins, zwei, drei. Drei, vier. 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 Ja, oben... Worum war ich ja noch nicht fertig. Da muss man noch... Ah, jetzt muss ich... Ich muss eh Lava holen. Bist du schon... Warum hab ich keine Spitzhacke? Halt mal. Halt mal. Halt mal. Halt mal. Halt mal. Halt mal. Ähm, wir haben hier nur eine unendliche Wasserquelle. Ich weiß, halt doch trotzdem mal. Wie denn? Ja, keine Ahnung. Pack's auf. Meine Fresse, ich brauch Cobblestone. Haben wir noch Cobblestone? Äh, ja. Ach ja, wir haben die. Ach. Warum haben wir die im Lagerhaus? Ist mir viel zu weit weg. Und jetzt ist es ja auch schon weit zu weit weg Holz zu halten. Na, aber fürs Holz halten geht's noch. Hast du dich beschwert? Ich beschwere mich immer. Ja, ich weiß. Was? Ach, ich hab... Ich hab ja nur ne Hau... Uh. Oh. 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 Ich schau ja noch mal, ein. Ich warte jetzt bis die fertig sind und hau die nach oben hin. Ja. Ich hol hier die La... Oh und bist du die Pflanzen beim Wachsen zu. Oder was? Ja. Ich bepflanze hier alles. Das ist körperliche Anstrengung. Ja, das glaube ich. Au, au, au. Mein Gesäß ist eingeschlafen. Ey, du wüsstest wie du gerade redest. Du pflanze hier alles, das körperliche Anstrengung auf mein Gesäß. Auf mein Gesäß. Ich mach mal wieder Holzkohle. Das ist unglaublich. Wir brauchen unbedingt ne feste Nahrungsquelle. Haben wir doch jetzt. Ja, aber die funktioniert noch nicht. Beduld ist eine Tode. Jetzt hack doch endlich. Beduld ist eine Tode. Aber mach keine. Ich hab immer das Gefühl, dass mit Timbermode auch automatisch irgendwie mehr Äpfel fallen. Das kommt dir nur so vor, weil direkt die Worte fallen. Ich glaub, bei Minecraft-Wiki stand jeder 200. Ist abgehört. Der 200. Ist abgehört. Kapitel ist eine Tode. Ich hab eine Tode zu tun. Ich hab eine Tode... Ach verdammt. Was denn? Wenn du dich jetzt verbaut hast. Nein. Ja, das kommt. Nein, ich hab nur vergessen, Wasser zu nehmen. Boah, ich spiel... Ich halte mal die Lava. Ne, ich halte die Lava sicher nicht. Kannst du mich mal. Das auch nicht. Boah, wachsit. Weil ich weiß, dass hier jetzt alles ein, was zu klein ist. André, pass auf, ich weiß alles ab, was zu klein ist. Ja, ich mach das. Viel Spaß. Ich wüsste nicht, was mich das angehen sollte. Zu klein, durchschnittsmaß und so. Du bist zu klein. Das sollte wieder ein kleiner Witz sein. Das kommt dir nur so vor. Okay. Was ist da? Die Weizenfarm, sie lebt. Sie lebt. Und ich hab's falsch gemacht. Ich hab's falsch gemacht. Die Höhe ist okay vom Portal hier, ne? Müsste. Vier Stück. Ich glaub... Ja, okay, dann ist's okay. Ist es jetzt scheiße, wenn ich nachgucken würde. Ist ja gut. Beschwer dich nicht immer. Ich beschwer mich immer. Mal hier schnell abhacken. Ja. Ich steh ja im Sicherheit. Ich steh im Wasser. Wirklich nur nasse Füße. Jetzt schon. Aha, ich hab keine nasse Füße bekommen. Warum tropft... Warum ist hier ein Lavatropfen? Was? Hier ist ein Lavatropfen gewesen. Oh, warum machst du die Ecken denn? Ja, weil's anders nicht geht. Man kann ein Portal ohne Ecken bauen? Ja, sieht aber scheiße aus. Man hätte das verstecken können, das obere Teil. Ja, sieht doch auch scheiße aus. Hack mal bitte dieses Müll hier ab. Dann hab ich das Portal zu Ende bauen. Ich hol ein Lavat. Komm, die Höhe ist doch jetzt schon in Ordnung. Ja, ne, eben nicht. Das passt ja nicht. Muss ich auch nicht. Wie auch irgendwie der Hochsteck, weil... Ich hab die Kommission einsetzt, was für die Lava. Oh, mäm, äh. Ich bin seitdem. Jetzt ist aber Nacht. Die müssen uns wirklich nur von Äpfeln nähern. Aber warum nicht? Also vier Äpfel sind im Lager. Ja. Jetzt, er glaub ich, ein Schwer. Ja. Also sollen. Das hab ich dir empfehlen. Boah. Der Mond sieht aus wie ein Ei. Der sieht aus wie... Der ist nicht rund, der ist richtig oval. Toll. Also ich glaub, Honeyball ist... Ich glaub, ich hab das... Ich hab das hier gekauft. Und die Musik hat dich übertönt. Ja, das war nicht so wichtig. Ich glaub... Ähm... Da unten ist so'n leeres... Ist so'n leeres Zaun. Kann sein. Weil die Musik übertönt sich ganze Zeit. Ja, mach so'n leiser. Geht ja nicht, bin ja nicht im Haus. Jetzt kann ich sie leiser machen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Nein. Ich bin ja auch sonst immer so laut, ne? Weil für uns müsste es reichen. Ich hab zu viele... Was macht der mal diese schwebende Erdetreppe da oben? Die haben wir noch nicht abgebaut. Die nervt mich wohl. Ich hab zwei Weizen. Ich könnte zwei Kühe beziehungsweise Schweine miteinander paaren lassen. Ich hab aber keine Lust draus zu gehen. Ich guck dem Gras beim Wachsen zu. Nein, tust du nicht. Du hast jetzt den Müll da abgebaut? Jaaaa... Hast du gar nicht? Hab ich wohl. Du hast ge... Oh ja. Okay. Hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Will ich auch für dich hoffen. Denn ich hab aber was gehört. Hast du nicht. Du musst es verhören. Hey. Jetzt muss ich wieder lange gehören. Oh, wie langsam bist du eigentlich? Ist ja die letzte Ration. Noch zwei Stück, dann ist es fertig. Haben wir eigentlich ein Feuerzeug? Ja. Wir haben ja auch gerade so einen. Aber, äh... Du bist ja in der Nähe des Nahes. Du musst mal gucken, ob wir Flint oder so haben. Ja. Ja. Flint haben bestimmt. Flinzappen müssten wir gucken. Bei Steel bin ich mir sicher, dass wir das haben. Ach kacke, man. Jetzt nervt mich hier so ein Skelett. подписchen. Tschüss. 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 Hih, und du was machst... Ich trink' nen Schluck. Guck mich so das Haus an. ja, dann jetzt röpst du mich schon wieder voll ins Mikro ich könnte dann ganz spontan ins Mikro schreien warum sind wir eigentlich nicht schlafen gegangen? weil wir es können warum haben wir noch so viele Kisten, die wir nicht benötigen eigentlich? äh, weil wir zu viel Holz haben ja, stimmt auch wieder das ist, das, äh, das kann ich wirklich sagen ohne zu lachen kann ich auch boah, 32, ähm, Holzkohle haben wir schon wieder macht es ist erst, ey, es ist viertel vor sieben und ich gähne meine Fresse, ich hab grad Mittagsschlaf gemacht aah, creeper ich hab's jetzt nicht die Lavaquelle getroffen die Lavaquelle ist so jetzt unnöt ouch ja, die hat's getroffen, aber ist ja auch egal, da fließ nichts aus und wenn fließ es eben eben nichts ich hoffe, ich hoffe der Schreiber jetzt nicht zu so, ja, verwirrend hörst du Kinder? was? ich frag dich doch hörst du Kinder? das ist Kinderschreie eigentlich nicht, ne aber morgens, ne, ich hab neben den Kindergarten durch und morgens immer Kinderschreie, ja ich hab das jetzt extra gefragt, weil ich glaub ich welche gehört hab von meinem Haus eben vielleicht hier mit nem Schuh, oder so ja, siehst aus, als ob ich nen guten Schuh opfern würde damit die Kinder ruhig sind ich wette, du hast nicht nachgeguckt, ob wir Stil haben Stil? ach, scheiße du meinst Flight ja, ich weiß ich wollte gucken, ob du's weißt das Flight, der Stil ist Englisch warst du in Englisch? hast du jetzt, äh, guckst du jetzt grad, oder was? ja, ich guck gerade ja, dann mach ich das mal klar schon mal fertig mann, wie viele Dreck nein, 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 den würd ich halt auch nicht, den Creeper Monster Drop weil ich nicht so nahm Haus hmmmm sieht schlecht aus ja, dann hack den Gravel ist ja wohl nicht so unmöglich vielleicht, äh, Flinzen kriegen, so, ähm, Feuerstein zu kriegen oh, der in Grimmskrams oh, der in Grimmskrams ich hab einen Kiesblock in Grimmskrams ich baue jetzt dauerhaft den gleichen Kies ab, bis er, bis er Flint droppt ach, kacke okay, das Portal ist verliebt ich glaub aber, mein kriegt vom, ähm, vom selbst gesetzten Kies kein Teil nein, scheiße was? ich hab mich verbaut Höhe, Breite ich hab mich... Breite ich hab's ein... ich hab's nur einbreit gemacht aaaaah toll, müssen wir ein Portal komplett neu machen nein, wir können das doch abbauen können wir nicht geht das nicht mit Eisen abgebaut doch, das geht mit Eisen abgebaut das hab ich schon mal gemacht aber das dauert nur richtig lange und meine Maus ist ein bisschen im Arsch, deswegen... ne, ich bau das sicher nicht ab ich kann's nicht abbauen haben wir... jetzt müssen wir irgendwie Diamanten auftreiben ich hoffe das machen hier gibt's doch bestimmt irgendwo Diamanten ja, irgendwo ganz unten da hab ich grad in der Nähe den Creeper gesehen ich weiß nicht, wo es ist ich muss mir gucken, wie der Idiot das gebaut hat doof ich hab nicht drauf geachtet baaah ich könnte aufs Frust schon sterben dann wünsche ich dir viel Spaß dann wünsche ich dir viel Spaß es geht... es geht abgebaut, aber... es dauert doch nur lange ich würde dir jetzt cheaten und einfach sagen wie du nutzt den X-Ray Mod und guckst, wo Diamanten hier unten sind äh äh ja AAH! ein Creeper der Creeper hat sich getarnt also äh das find ich ja ne sehr gute Idee das hab ich ja noch gar nicht gemacht da hab ich gar nicht da gedacht ja der X-Ray Mod eigentlich nicht besitzt ja weil ich den ja eigentlich gar nicht habe und weil ich den nie benutze vor allen Dingen ja offensichtlich habe ich den noch nie benutzt ne hat er noch nie weil mit der Aufnahme das sieht man dann ja nicht ne und dann will ich das ja nie machen ich bin dann nicht so hinterhältig ja 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 das ist ja ja Vielen Dank.